Seid gegrüßt, liebe Freizeitfahrten-Kirurgsrollen. Herzlich willkommen hier bei einem neuen crazy Vlog. Und heute wieder mal, nach langer Zeit mit dabei, der Marci, der alles macht. So kennen wir ihn unter dem Namen. Und ja, ich drehe mal kurz um. Wir sind unterwegs. Und zwar sind wir gerade unterwegs nach Augsburg. Nachdem ich ja jetzt vor ungefähr einer Woche in München war, wo ja der Sommer in der Stadt stattfindet, wo einige Fahrgeschäfte auf die ganzen Plätze aufgeteilt sind. Hat jetzt auch Augsburg nachgeholt, nachdem ursprünglich nur ein Fahrgeschäft in der Altstadt stand. Haben die jetzt am Gögginger Festplatz auch noch zwei, drei Sachen aufgebaut. Die werden wir heute besuchen. Unter anderem Flipper von Mees und Coco Bongo von Kollmann. Coco Bongo, schöner Name. Da bin ich noch nicht gelaufen. Übermest bin ich schon gefahren, aber habe noch keinen On-Route gemacht. Dementsprechend zwei Sachen, zwei neue Sachen für den YouTube-Kanal, die natürlich getestet werden müssen. Und genau. Und dann ist der aktuelle Plan, auch danach kurz einen Abstecher nach Nürnberg zu machen. Wenn es zeitlich alles klappt. Dort gibt es auch die Nürnberger Sommertage. Und auf den Nürnberger Sommertagen fallen die aus der Kurve raus. Kein Spaß. Auf den Nürnberger Sommertagen stehen auch ein paar nette Dinge. Die sind ja, ähm, die werden immer aus München und Breakdance und Wolf, soweit ich weiß. Und die stehen halt mitten in der Altstadt, also total schön eingerichtet. Ja, dann würde ich sagen, äh, meine Freunde, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren ein bisschen mehr Landstraße heute, weil die Autobahn... Oh Gott! Weil die Autobahnen alle kommen mit Vorsicht. Ich habe fast die Kamera aus der Hand geschmissen. Weil die Autobahnen fast alle relativ voll sind. Und es hat viel zu viel Grad. Wir haben ungefähr 37 Grad Celsius. Ähm, ja, aber kann man nichts machen. Also fahren wir, ja, wir haben über 300 Kelvin gerade. Ähm, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in Augsburg. Am Göttinger Wettplatz. Und der Marcel wird sicher auch nicht viel machen heute. Ich werde auch nicht viel fahren. Aber eine Runde Kokobongo machen wir, glaube ich. Und was ist das überhaupt? Ja, das sehen wir ja dann schon. Du wirst du fahren. Ja, das sehen wir dann live. Dann kann sich hier schalten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Festplatz. Und ja, da gibt es für euch die Onrides. Ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, wir sind angekommen. Hier hört man schon Kokobongo. Marcel ist auch dabei, wie vorhin schon gesagt. Ich bin gespannt, ob er irgendwas mit mir fahren wird. Und der hat schon geguckt. Ähm, im Moment ist kein Mensch auf dem Festplatz. Aber wir gehen jetzt eine Runde. Ich fahre mein Zeug. Und dann fahren wir in die Innenstadt. Und ja, schauen wir weiter. Göttinger Festplatz hier. Direkt neben der Bundesstraße, im Sinne der Stadtautobahn. Und ja. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, um die Schaustelle zu unterstützen. Siehst du auch so? Haha. Und was du bei uns noch nicht erzählen kannst, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Hier gibt es Fun und Action auf zwei Etagen. Schauen wir mal. Oh, Wackelbrücke. Hätte ich nicht gedacht. So, ich glaube ich gehe mal da durch. Hier nehmen wir natürlich auch einen Wind. So, ich war jetzt schon im Kokobongo von Kollmann drin. Das ist ein ganz nettes kleines Laufgeschäft da hinten. Also hat eine Etage letztendlich, zwei Etagen. Wenn man sagt, man nimmt den Parcours unten dazu. Ich denke, das ist ein perfektes kleines Laufgeschäft. Also hat jetzt nicht so viele Effekte. Aber die Effekte, die da sind, sind ganz nett. Und dazu ist es trotzdem noch eine rollende Tonne. Also von daher ist es nicht so wenig da. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Und zwar Flipper Maze hat noch nicht offen. Warum auch immer. Also wahrscheinlich, weil so wenig los ist. Wir werden ungefähr eine halbe Stunde aufmachen. Wir wissen jetzt nicht, ob wir dann gleich weiterfahren werden. Oder ob wir noch da bleiben. Das sehen wir jetzt gleich. Der Plan ist, wie gesagt, dass wir jetzt weiterfahren nach Nürnberg. Wenn Marcel nicht streikt. Ansonsten fahren wir natürlich wieder heim. Dann werde ich morgen nochmal extra nach Nürnberg fahren. Das ist zumindest der aktuelle Plan. Und ja. Also Kokobong habe ich noch nie gesehen. War ich jetzt zum ersten Mal drin. Hat mir ganz gut gefallen. Und jetzt warten wir auf Flipper von Maze. Und wenn dann jemand kommt. Dann werden wir weiter gehen. Weil ich werde jetzt nicht eine Stunde oder so warten. Nur weil der Chef oder wer auch immer nicht da ist. Finde ich ein bisschen blöd. Aber kann ich verstehen bei den geringen Besuchermassen. Ja. 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 Ich bin der Abenteuer! Ich bin der Schöne, Baby! ja ja was ist denn los mit euch alles so ganz kurz ich bin der flipper von meis gefahren dann lagen wir wieder die meine erste fahrt waren mega geil also der zieht ordentlich finde ich ist eigentlich der schnellste den ich so kennen war eine schöne lange fahrt am ende hat der mitarbeiter im wasserschlauch was noch nass gespritzt das war ganz witzig und ja jetzt haben wir noch in die innenstadt oder gleich weiter kurz in die innenstadt einfach mal kurz in die ausbote innenstadt steht noch ein kettenflieger und wie gesagt hier ist der gängiger festplatz weil sie mir vorbeikommt kommen vorbei unterstützt die schausteller die haben eine schwere zeit und ich denke mal ja es lohnt sich auf jeden fall ist für alle was da ein hartes fahrgeschäft ein autoscooter und für die familien ein laufgeschäft also mit spiegellabyrinth also passt denke ich sehr gut aber wie gesagt flipper von meis schaut von außen schön optisch bunt klassische hobos optik hat eine wirklich sehr intensive fahrt da geht mehrmals voll voll auf und am ende nochmal richtig richtig also mega geiles ding ja dann würde ich sagen sehen wir uns in der innenstadt wieder bis dann auf 4g plus gibt es das auto immer so scheiße scheiße ist das auto anscheinend immer noch eine sehr wunderschöne stadt gefällt mir wunderschön vor allem das rathaus augsburger dom die ganze straße wirklich schon da steht noch der wellenflug von lass mich nicht lügen keine ahnung ich bin grad nicht sicher was für ein wellenflug das ist und ja wir werden jetzt nach nürnberg fahren zu unserem stopp dieser kleinen verrückten der marcel dominik bayern zwei städte tour am samstag und marcel gibt auch schon den nabi ein also der ist schon schön am gucken was er eingeben soll sein handy und dann fahren wir jetzt los und ja in nürnberg wartet die wilde maus von münz der breakdance von wolf auf uns ich werde nur die wilde maus fahren den breakdance von wolf mag ich leider nicht so ganz gerne und nochmal auch handschuhe tragen und das ist mir natürlich auch zu doof dafür dass ich den breakdance wirklich nicht so gern mag der wilde maus münchen nehme ich gerne mal mit und dann gibt es ein paar onrides für euch und ja dann würde ich sagen sie haben wir uns hier in nürnberg von einer auch sehr sehr schönen bayerischen stadt und mal kurz wie die nrwler so schauen schöne städte aus nicht eure komischen ruhtgebiet was weiß ich was komischen hässlichen städte ja schöne städte gibt es nur in bayern ja stimmt auch nicht wieder aber die schönsten städte gibt es in bayern also meine freunde wir sehen uns in nürnberg bis dann bis jetzt bis jetzt 1. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 11. 11. 11. 12. Wir packen den auf die Augen, ich schieße dich. Geht ja, geht ja. Wir sind immer schneller, das ist der Schlimme. Wir sind zu wenig. Aua, aua, aua. Oh Gott, Marcel. Marcel. Der ist das allerbeste. Das ist ganz schlimm jetzt, das ist ganz schlimm. Warte, 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 warte. Hier war das ganz schlimm, die Piramisse. So, wir waren jetzt in der... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist die aggressiv. Wir waren jetzt in der... Wo gehen wir da hin? Wir wollen in die andere Richtung, oder? Ja? Wir wollten in die andere Richtung. Wie weit ist denn das? Nein, nein, ich weiß noch, wir können ja da in das Restaurant gehen, erst. Ja, gehen wir erst essen, wenn ich sage. Und am Ende dahinter laufen wir halt eh bis 22 Uhr auf. So. Wir waren jetzt gerade auf der Wildmaus von München. Sind mittlerweile angekommen hier am Nürnberger Stadtsommer. Oder Sommertage in der Stadt. Schaut wunderschön aus hier mitten in der Altstadt. Also es hat ein Bild, was es so schnell mich wieder geben wird. Und dementsprechend finde ich das natürlich ziemlich geil. Ähm. Ja, aber ich werde jetzt nicht mehr fahren als die Wilde Maus. Weil das einfach zu teuer ist. Und wir haben gerade noch viel Geld ab. Aber hier im Hauptmarkt schaut auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Eben auch der Wellenflug von Distel und die Wilde Maus. Hier vor der Kirche am Hauptmarkt. Und am Jakobsplatz steht dann halt noch der Breakdance von Wolf. Da gehen wir gleich noch hin. Allerdings essen wir jetzt erstmal was und dann gehen wir da hin. Und dann melden wir uns sicher nochmal. Hier ist auch nochmal der Wellenflug. Und dann steht da hinten noch der Autoskutter von Braun. Der auch mal am Nürnberger Volksplatz steht. Genau. Also es ist wie gesagt auch wie in München natürlich mit Hygienekonzepten geregelt. Und dementsprechend halt auch den Abstandsregeln. Maskenpflicht auch in den Fahrgeschäften. Und ja. Aber wie gesagt schaut natürlich ziemlich geil aus. Kann man richtig sagen. Und wir essen jetzt was Gutes mit Marcel. Und dann melden wir uns wieder. Bis dann! So meine Freunde. Nachdem wir noch in der Wilde Maus waren. Sind wir dann zum Jakobsplatz gegangen. Das war nämlich nicht mehr normal. Da stand nämlich der Breakdance und das Glaswerk. Und da war eine ziemlich lange Budenstraße aufgebaut. Genau wie am Nürnberger Volksfest. Auch mit diesen Fähnchen oben. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Ich fand es nicht gut. Ähm. Es war. Absolut voll. Es war wie auf einem kommend gefüllten Volksfestplatz. Ich kann ja beim besten Willen nicht vorstellen. Wie das behördlich genehmigt wurde. Äh. Und ich finde es auch nicht okay. Weil ich muss sagen. Das Volksfest darf nicht stattfinden. Und dann ist da hinten so eine Straße. Wo das da voll ist wie sonst was. Ich verstehe nicht warum. Ähm. Man das in so eine enge Straße da reingebaut hat. Und wie das erlaubt wurde. Also beim besten Willen. Das kann ich nicht verstehen. Also da bin ich wirklich. Ähm. Wie soll ich sagen. Etwas entsetzt gewesen. Aber. Am Hauptplatz. Also am Hauptmarkt. Äh. Da war das dann gut geregelt. Da waren die Abstände eingehalten. Da muss ich sagen. Es ist super gelaufen. Aber wie gesagt. Ähm. Da hinten am Jakobsplatz. Das war grenzwertig. Oh. Jetzt kann ich zu Ende sprechen. Weil den Parkplatz beendet. Also wie gesagt. Ich fand es ein bisschen lächerlich. Äh. Ein bisschen lächerlich ist auf diesem einen Platz. Also viel los sein konnte. Äh. Wir hatten einen verrückten Tag. Mit äh. Viel Autofahrt. Äh. Aber wir waren auch noch gut essen in Nürnberg. Das war auch angenehm finde ich. Ja. Bei einer sehr guten Pizzeria direkt im Hauptmarkt. Und ich würde sagen. Somit ist der Tag ein erfolgreicher Tag gewesen. Mit zwei äh. Kimmesplätzen. Volksfestplätzen. Ähm. Und auch wirklich in der Stadt nicht abgesperrt. Äh. Nur in Augsburg. Hier ging ja. Der Festplatz war abgesperrt. Hier war nichts abgesperrt. So. Wir fahren jetzt heim. Wir sind auf der Autobahn. Ab geht's zurück in die Hometown. Äh. Regensburg. Und Marcel. Wir sind natürlich lange in keinem Vlog mehr. Weil du jetzt wieder abtaust erstmal für ein Jahr. Haha. Und dann tauchst du wieder auf in den Vlog. Ja. Seltenheit ist immer gut, ne? Dann sagen wir Tschüss. Adieu. Und genieß den Hardstyle. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.